Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine kleine Ergänzung zu unserem letzten Video, in dem es unter anderem um Schleichwerbung ging, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Übrigens auch in vielen anderen Ländern der EU. Womit wir schon direkt die erste Frage erledigt hätten, denn es gab eine Menge Fragen über die Kommentare, unter anderem, warum denn das und das erlaubt ist und warum niemand dagegen vorgeht, wenn das denn alles nicht erlaubt ist. Und eine der Fragen bzw. Aussagen war halt, dass dann eben alle YouTuber einfach ins Ausland gehen würden. Nun, zumindest im EU-Ausland dürfte das recht eng werden, weil die Regeln zum Verbraucherschutz EU-weit doch recht harmonisiert sind. Kommen wir zum ersten Beispiel. In einem Video preise ich das Getränk Flirt Zero, die feinperlige Geschmacksbombe von Feinkost Albrecht, als das Produkt an, das man zweimal genießen kann. Einmal, wenn man es trinkt, ja und dann nochmal, wenn es einem wieder hochkommt. Nein. Also, ich vergleiche in meinem Video fünf verschiedene Getränke und Flirt Zero mit seinen ganzen 3% Fruchtgehalt, nur Fruchtfliegen haben mehr, geht da als absoluter Gewinner raus hervor. Und es wird ziemlich klar, dass ich eigentlich Werbung für das Produkt mache. Nun, wenn ich die 19 Cent, die die Plörre gekostet hat, selber bezahlt habe, Feinkost Albrecht hat mir das Produkt nicht zur Verfügung gestellt und ich bekomme auch kein Geld dafür, also den Teil, den müssen Sie jetzt auf Ihr Video oder auf Ihr Beispiel übertragen, Sie machen ein Video über das neueste Samsung Galaxy, solange Sie das selbst bezahlt haben und auch solange Sie auch sonst kein Geld bekommen von Samsung oder Ähnlichen, dann ist in Bezug auf Werbung alles erlaubt und damit ist das keine Werbung im Sinne des Gesetzes. Also, wenn ich selbst bezahlt habe, dann kann ich erzählen, was ich möchte. Nächstes Beispiel. Man macht ein Video über ein oder mehrere Produkte, zum Beispiel über ein Spiel in einem Let's Play Video oder die berühmte Klötenenthaarungscreme als Beauty Guru und das entsprechende Produkt, das bekomme ich zur Verfügung gestellt. Das heißt, das Spiel bekommt der Let's Player umsonst. Oder ich bekomme nicht das Spiel umsonst, aber für den entsprechenden Bericht werde ich eben eingeladen und die Flugreise zu diesem Event ist umsonst oder das Hotel, in dem ich übernachte, damit ich da morgen drüber berichten kann, ist umsonst. Also kein Geld, sondern geldwerter Vorteil. Das wird jetzt schon komplizierter. Wenn in dem Video über die zum Beispiel neue Nintendo Switch Konsole am Ende ein neutraler Bericht folgt, das heißt, ich schreibe neutral über die Vorteile und natürlich auch über die entsprechenden Nachteile, wäge das entsprechend ab, der Nutzer wird also eher informiert, dann ist das keine Werbung und die muss auch nicht gekennzeichnet werden. Das hat man oft, dass Berichterstatter zum Beispiel von Zeitungen oder Magazinen eingeladen werden, um über irgendein neues Produkt zu berichten und das alles überhaupt kein Problem, solange der Artikel am Ende neutral ist und eben zum Beispiel auch auf Nachteile hinweist. Wenn aber mein Video nur Vorteile aufzeigt und man eigentlich schon erkennen kann, dass ich das ganze Produkt nur positiv darstelle, so positiv, dass der Zuschauer das Produkt am Ende sogar kaufen möchte, ja, dann habe ich gerade Werbung gemacht. Die Frage, ob die Werbung nun auch kenntlich gemacht werden muss, die muss man nochmal unterscheiden. Und zwar zwischen sogenannter Produkthilfe oder Produktplatzierung. Produkthilfe muss nicht gekennzeichnet werden. Produktplatzierung, die muss gekennzeichnet werden. Und die Grenze ist der Preis, den das Produkt kostet. Und die Grenze ist 1000 Euro. Habe ich also 1000 Euro oder mehr in Form von Produktunterstützung bekommen, 1000 Euro oder mehr, dann habe ich Produktplatzierung und die muss gekennzeichnet werden. Hat das Produkt, das ich als Hilfe bekommen habe, allerdings nicht 1000 Euro gekostet, dann haben wir eben nur Produkthilfe und die muss nicht gekennzeichnet werden. Damit ist das ganz klar. Ja, das ist eine sogenannte Bagatellregelung. Also, wenn ich nun irgendwas für 5 Euro oder 10 Euro bekomme oder die Flirt für 19 Cent, dann hätten wir hier Produkthilfe. Naja, und das ist also auch zu vernachlässigen. Kommen wir zum dritten Beispiel. Man stellt ein Produkt im Video vor und man hat Geld oder etwas anderes. Anstatt Geld bekommen, zum Beispiel ein Auto oder eine Flugreise. Aber eben, man ist indirekt bezahlt worden. Dann ist der Fall ganz klar. Dann ist das Ganze gekaufte Werbung und die ist kenntlich zu machen. Wenn ich Geld bekomme, gilt auch keine 1000 Euro Grenze. Wenn Asche, dann Werbung. Das wären im Grunde die drei grundsätzlichen Fälle. Ich habe das Produkt umsonst bekommen. Dann gilt die 1000 Euro Grenze. Ich habe das Produkt selber bezahlt. Dann darf ich machen, was ich will. Ich habe Geld bekommen und wenn es nur 10 Euro wären, dann wäre es Werbung. Kommen wir noch zu einer letzten Ergänzung. In einem Video wird ein Produkt beworben und in der Videobeschreibung ist ein sogenannter Affiliate-Link. Ich bekomme also kein Geld und ich habe das Produkt nicht umsonst bekommen. Ich habe das Produkt selber bezahlt von mir aus. Aber trotzdem, in der Beschreibung ist ein Affiliate-Link auf das Produkt. Das heißt, ich mache in dem Video Werbung für das Produkt. Deswegen klickt einer auf den Link und dann bekomme ich mein Geld. Insoweit, auch wenn ich vorher kein Geld bekommen habe, darüber, über die Werbeleistung und den Link bekomme ich wieder mein Geld. Dann sind wir wieder beim Fall Nummer drei. Ich habe Geld bekommen. Wenn auch nur indirekt über halt, in dem Fall Affiliate-Link, zum Beispiel Amazon. Ja, wenn also auf das Produkt, in meinem Fall Flirt Zero, wenn ich jetzt darauf bei Amazon verlinken würde und darüber dann Geld bekommen würde, dann hätte ich Geld bekommen. Das wäre Fall drei. Insoweit sogenannte Affiliate-Links auf das Produkt, das im Video beworben wird. Und die sind auch Werbung. Damit hätten wir das Ganze relativ gut abgedeckt. Und für alle, die jetzt sagen, okay, ist doch ganz einfach, dann sage ich halt, ich habe den Kram immer selber gekauft, den ich jetzt bewerbe. Ja, kann man natürlich versuchen. Fällt aber bestimmt irgendwann auf und muss im Zweifelsfall bewiesen werden. Also immer was anderes, sage ich jetzt mal, zu bewerben. In jedem Video einen anderen Laptop für definitiv mehr als tausend Euro. Ja, das wird dann irgendwann eng. Da muss man auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Ganze mal geprüft werden kann. Wenn Werbung gemacht wird und Werbung nicht gekennzeichnet wird, was aber eigentlich gekennzeichnet werden müsste, dann spricht man von Schleichwerbung. Und das hatten wir im Fall vom YouTuber Flying Uwe. Er hat Geld bekommen, wenn auch indirekt, über seine Firma. Und weil alle so schön aufgepasst haben, gibt es auch noch eine Hausaufgabe. Was ist denn jetzt, wenn Feinkost Albrecht sich entscheidet, mir 5000 Euro zu geben, weil ich in diesem Video Flirt Zero Hashtag die feinperlige Geschmacksbombe beworben habe? Richtig, das ist Punkt 5. Ein glücklicher Sprecher, der sich auf die Fidschi-Inseln absetzt, um dann endlich seine Fuck-Aggli-Kollegen los zu sein. Okay. Naja, okay. Streng genommen ist es natürlich, dann ich bekomme Geld. Insoweit, in dem Fall muss das Video wieder runtergenommen werden und auch das Video vom letzten Mal, wo ich auch schon die Werbung dafür gemacht habe. Wenn ich jetzt noch Geld bekommen würde. Also wenn das Video ja offline ist, dann bin ich geschmiert worden. Oder natürlich die Rechtsabteilung von Feinkost Albrecht hat sich bei mir gemeldet und sie finden es gar nicht gut, wie ich über ihr Produkt rede. Das könnte es natürlich auch sein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020